hallo alle zusammen herzlich willkommen bei mir auf dem kanal wir sind heute beim nidder stausee laufen einmal eine komplette runde um den nidder stausee das liegt bei schotten und mal gucken was uns alles erwartet auf dem weg schön euch mitzunehmen viel spaß so so Musik 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 So das war einmal die Runde um den Nitterstausee Musik So im großen Ganzen hat es mir sehr gefallen Wir hatten super Wetter, ab und zu war es ein bisschen bewölkt Aber so im großen Ganzen war das in Ordnung Der Weg geht relativ gerade Ist komplett betoniert Außer das Stück hoch Richtung Mammutbaum Da geht es einmal quer durch den Wald Ja, ist ein guter Ausflugspunkt Und so mit Familie Hier ist auch ein Spielplatz, ein Kaffee Kann man auch was einkaufen Also ganz ordentlich Wem das Video gefallen hat über ein Abo, ein Like und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen Ich hoffe die Strecke hat euch sehr gut gefallen Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal